Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnayoch. Manche Menschen glauben, dass heile sein oder heil sein ganz viel damit zu tun hat, wie glücklich man ist. Und da stellt sich mir eine Frage, die ich lange Zeit gar nicht lösen konnte, nämlich woran kann ich Glück messen? Oder wie kann ich Glück messen? Ich kann da schweren Zollstock nehmen oder ein Zentimetermaß oder ein Vergleichsmaß finden, weil Glück eine ganz persönliche, subjektive Empfindung ist. Wie kann ich das also messen, wenn mir das Glück scheinbar verloren geht? Und ich fand dann bei einem sehr klugen Yogi eine Antwort, die mich bis heute inspiriert. Der hat gesagt, es gibt ein Maß für Glück und das ist die Häufigkeit, mit der du dich freust. Und ich fand es wunderschön zu denken, okay, wie oft freue ich mich eigentlich am Tag? Und meine erste Antwort war, ziemlich oft. Und meine zweite Antwort war, was würde passieren, wenn ich das mit einer Strichliste machen würde? Wenn ich jeden Tag einen Strich mache, an jeder Stelle, an der ich mich freue. Hier, nachdem ich das den ersten Tag durchprobiert hatte, stellte ich fest, ich war ziemlich beschäftigt mit Strichemachen. Und dann habe ich gedacht, das könnte man vielleicht vereinfachen. Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass man nur die ganz großen Freude-Momente mit einem Strich versieht. Und dann hätte man, wenn man das von Tag zu Tag vergleicht, unterschiedlich viele Striche. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, nee, das funktioniert gar nicht. Und da war ich ein bisschen ärgerlich auf den Yogi-Mann, habe gedacht, warum erzählt der das? Der ist doch schlau, der ist ganz viel älter als ich und der weiß viel mehr. Dann fiel mir ein Element aus der Glücksforschung in die Hand, was für mich das ganze Ding nochmal verändert hat. Und zwar ist die Universität in Berkeley und dort untersuchen Forscher, wann wird ein Mensch glücklich und was macht ihn wirklich glücklich? Und wie kann man das messen und kann man das strukturell abbilden im Gehirn? Und die haben eine ganz einfache Versuchsreihe gemacht. Die haben zwei Gruppen von Menschen mit unterschiedlichen Altersbereichen, die aber vergleichbar waren, genommen und haben allen Menschen fünf Dollar in die Hand gegeben. Und die hatten den Auftrag, die eine Gruppe sollte diese fünf Dollar für sich ausgeben und sich jeden Tag was Gutes tun. Und die anderen hatten den Auftrag, fünf Dollar für jemand anderen, für etwas Gutes im gesellschaftlichen Sinne zu verwenden. Und das Erstaunliche war, dass nach drei Wochen diese beiden Gruppen schon völlig unterschiedlich zurückkamen. Und zwar die, die jeden Tag für sich fünf Dollar ausgegeben haben, um sich etwas Gutes zu tun. Die hatten eine deutlich kleinere Hirnregion fürs Glück zur Verfügung. Und sie waren ziemlich übellaunig. Dann kam die andere Gruppe zurück. Und die kam schon pfeifend um die Ecke. Und das Interessante war, dass deren Areal für Glück dreimal so groß war. Was haben wir daraus gelernt? Glück hat etwas damit zu tun, wie zufrieden ich mit dem bin, was ich tue. Und wenn ich das mit Sinngebung verbinde, und sei es auch noch so klein, habe ich mehr davon, als wenn ich mir einfach was Hübsches kaufe oder mir was gönne. Ich habe einerseits die Möglichkeit, meine Freudenmomente zu zählen. Das halte ich für wertvoll. Das ist aber mit Sicherheit kein absolutes Maß. Das andere, was ich zählen könnte, wäre, wie oft habe ich heute für eine andere Person einen Glücksmoment erschaffen. Und das Gute an dieser Art Altruismus ist tatsächlich, wir haben immer alle was davon. Ich glaube, dass Glück schnelllebig ist und dass es deswegen auch vorkommt. Aber das, was langlebig ist und das, was mich trägt, ist meine Zufriedenheit mit dem, was ich tue. Und nur das muss ich zählen.